Mein Name ist Uwe Schneidewind, ich bin aktuell Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Ich bin ursprünglich mal als Wirtschaftswissenschaftler angefangen, war eine ganze Zeit lang Professor an der Universität Oldenburg in den Wirtschaftswissenschaften, war auch Präsident der Universität, eine Hochschule, die ja vielen Bereichen nachhaltige Entwicklung gemacht hat und als Wuppertal-Institut setzen wir uns sehr intensiv auch mit der Frage auseinander, was braucht es eigentlich an Veränderungen im Wissenschaftssystem, um zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung hier in Eberswalde ist ja schon sehr früh eine der Vorreiterhochschulen gewesen, die das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern als Vision für eine gesamte Hochschule zu ihrer Strategie gemacht hat. Und so gab es in den letzten Jahren immer wieder engen Austausch, sowohl mit dem Präsidenten als auch mit vielen Lehrenden und Studierenden hier an der Hochschule. Und darum bin ich immer wieder sehr gerne in Eberswalde. Der Schlüssel zur Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht, dass die Lehrenden und auch Studierenden zu all ihrem Forschen und in der Lehre gesellschaftliche Herausforderungen, die ihn unter Nägeln brennen, zum Ausgangspunkt ihrer Forschung machen und versuchen, das Wissen sehr unterschiedlicher Disziplinen und das Wissen von Akteuren da draußen in der Praxis so zusammenzubringen, dass man dann mit Wissenschaft wirklich Lösungen entwickeln kann, sei es für die Energiewende, für die Mobilitätswende, für die nachhaltige Zukunft in unseren Städten. Aber am Anfang eines jeden guten Forschens muss immer eine Frage stehen, die uns auch gesellschaftlich bewegt.